Mr. Mike Yo es ist Mr. Mike, heute mal wieder ein kleines Werbevideo zu diesen Bällen hier. Gummibälle für einen unschlagbar guten Preis. 15 Euro pro Ball. Und für 15 Euro machst du einfach nichts verkehrt. Rabattcode Mr. Mike noch eingeben. 10% nochmal oben drauf und sparen. Der Versand kommt leider noch dazu. Das ist das Einzige, was den Ball wieder etwas teurer macht. Aber wenn du ein paar mehr Bälle nimmst, Alter, gönn dir auf jeden Fall. Die Qualität von diesen Bällen ist unglaublich gut. Ihr wisst es ja von mir, ich bin kein Fan von diesen Gummibällen. Wenn du ein Profi bist oder ein Amateur, der sehr viel spielt, empfehle ich immer einen Kunstlederball. Wenn du die Wahl hast zwischen einem Gummiball und einem Kunstlederball, investiere das Geld mehr und kauf dir einen Kunstlederball. Aber für ein kleines Kind, ich habe es letztens bei meinem Neffen gesehen, ich habe ihm einen blauen Ball geschenkt. Der war den ganzen Tag mit diesem Ball happy und am Spielen wollte Tricks nachmachen. Und für 15 Euro, Alter, auch wenn der dann irgendwann mal in der Ecke landet, tust du dir mit 15 Euro einfach nicht weh. Gibt es in vielen verschiedenen Größen, Größe 4, 5 und 6, die hier natürlich auch für die Mädels. Aber das Design ist nice, das hat ein bisschen was von Minecraft, wie ich finde. Wenn du dem Kind es weismachen möchtest, hey, das ist der Minecraft-Ball, kannst du es vielleicht dazu noch animieren, von der Konsole oder vom PC wegzugehen und ein bisschen rauszugehen und mit dem Minecraft-Ball auf runde Art und Weise irgendwas zu kreieren. Oder einfach nur zu spielen und sich zu bewegen, was natürlich noch viel wichtiger ist. Und in der Videobeschreibung ist der Link dazu, www.peaksport.de. Checkt aus, gönn dir und du bekommst natürlich mit dem Rabattkopf Mr. Mike auf alles bei Peak 10%. Geile Schuhe am Start, ihr wisst es ja, ich mache immer wieder Werbung dafür. Hey, einfach, also die Qualität von diesen Gummibällen ist einfach überragend. Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, Alter, Bombe, Mann, Bombe. Viel zu geben, eure Meinung, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Hey. Hey, Mr. Mike. Mr. Mike. Hey, Mr. Mike. Mr. Mike, Mike. Mr. Mike, Mike.